Ja, das ist mir egal. Also wenn es darum geht, mir coole Hobbys zu suchen, hätte ich was anderes mit mir angefangen, also irgendwie als Fliegen und... Was hast du gesagt gerade? Ich bin ein anderes Hobby gesucht als Flangen. Ah, okay. Das hat ganz mies abgeschnitten bei mir. Bitte klipp das und schick das, Basti. Oh nein. Ich bin über Flangen geredet. Bitte. Schick, klipp das und schick das, Basti. Hättest du das so casual einfach als Hobby so callen. Dann hätte ich ein anderes Hobby als Fliegen.